Viele Menschen haben Angst vor Spinnen. Und es gibt sogar eine eigene Krankheit. Arachnophobie. Die krankhafte, übertriebene Angst vor Spinnen. In Mitteleuropa gibt es aber keine Spinnen, die für den Menschen wirklich gefährlich sind. Und die Angst vor ihnen ist unbegründet. Insekten und andere Kleintiere haben allerdings einen guten Grund, Spinnen aus dem Weg zu gehen. Bis auf eine einzige Ausnahme sind alle bekannten Spinnenarten Fleischfresser und bringen ihre Beute mit Gift und allerhand Tricks zur Strecke. Spinnentiere kommen in solch großen Mengen vor, dass sie in der Natur eine sehr wichtige Rolle spielen. Spinnentiere sind eine Klasse aus dem Stamm der Gliederfüßer. Sie sind also mit den Klassen der Tausendfüßer, Krebstiere und Insekten verwandt. Das, was wir als Spinnen bezeichnen, ist allerdings nur eine Ordnung der Spinnentiere. Es sind die Webspinnen. Zu den Spinnentieren zählen aber noch weitere Gruppen. Unter anderem Geiselspinnen, Milben, Weberknechte, Skorpione und Pseudoscorpione. Unter anderem Geiselspinnen Vielen Dank.